Ja, toll. Wie komme ich jetzt nach Hause, verdammt? Ich habe vergessen, wo mein... Ich habe vergessen, wo mein Zuhause ist. Ich habe vergessen, wo ich wohne. Scheiße. Ich kann das auch nicht irgendwie nachgucken oder so. Was mache ich denn jetzt? Ich mache den Shader an, das hilft immer. Toll. Jetzt bin ich hier in so einem Wald. Hilf mir. Ich will nicht nach Hause. Hundis. Habe ich Knochen dabei? Also, unser Inventar sagt wirklich, komm, geh nach Hause. Und das werden wir jetzt auch tun, komm. Kies noch, den letzten Kies. Zack. Dann die Kohle noch. Werden wir schon mal die Chance haben, Kohle zu sammeln. Sammeln wir die natürlich. Da haben wir auch noch Mangel. Aua. Das war blöd. Ich weiß gar nicht, wie wir nach Hause kommen. Ich glaube noch links, oder? Ah ja. Werden wir dann ja sehen. Zack, komm. Facke. Und hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Mein Gott. Jetzt will man nach Hause und man wird nicht gelassen. Okay, jetzt doch. Bauen wir noch das hier ab. Und wir können gehen. Tschüss. Ja. Seh Rosen. Hä? Ah, okay. Ich glaube, ich habe die eingesammelt. Zack, zack, zack. Ja. Okay, das ist die falsche Richtung. Ich muss in die andere Richtung. Hopp. Ja. Jetzt haben wir ja nochmal... Ich kann es nicht unterdrücken. Ich muss es einsammeln. Es geht einfach nicht anders. Boah, jetzt hat die 34 Brot verkauft. Mann. Es kostet, kostet, kostet Geld. Und wir bauen hier wieder tonnenweise von dem Zeug ab. Und da. Klatsch. Und. Klatsch. Klatsch. Zack. Zack. Und zack. Und. Zack, das Inventer wird es niemals verpacken. Deswegen muss ich ein bisschen hier. Zack. Ach, wir werden zuhause Spaß haben mit dem Abbauen. Da, 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 da. Oh, oh. Aua. 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 So. Geschafft. So, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Aber ich würde erstmal bevorzugen, ins Bett zu gehen. Sonst wird mir der Heimweg etwas zu gefährlich. So, zack. Ich trinke da mal jetzt kurz einen Schluck. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Und wir gehen straight nach Hause. Zack. Zack. Zaf, 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 zaf. Okay. weg damit, brauchen wir nicht, haben wir genug von zuhause, müssen wir auch mal anpflanzen so langsam, oh wer brennt denn da nicht mehr, so jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn nach Hause, ich glaube das war hier langs, oder, alter was für eine Hölle, da hätten wir reingehen müssen, richtig cool, alter 840, die ist viel zu teuer, es geht nicht, es geht schon nicht weiter, und so geht das auch nicht weiter hier mit der Clay-Sucht, aber wir müssen das positiv sehen, wir sparen uns damit auf jeden Fall eine Menge Zeit, wenn wir das schon unterwegs finden, dann brauche ich das halt auch ab, ist ja klar, wäre ja dumm das liegen zu lassen, jo, komm jetzt, zack, dann, 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 cool, so da haben wir auch noch ein bisschen, und dann, sind wir auch hier raus aus dem Flussgebiet, dann werden wir sehr wahrscheinlich nichts mehr finden, okay, auch noch sowas großes, aber wenigstens ist es auf einer guten Höhe, können wir das auch gut abbauen, so, wir werden jetzt wieder Platzmangel haben, war ja klar, passt das, passt das, passt das, passt das, ja, perfekt, hat noch knapp gepasst, so, wir stärken uns ganz kurz, und ab nach Hause, aber flott, ja, und, äh, ich denke mal, die meisten von euch sollten schon von Windows 10 gehört haben, das ja auch gleichzeitig mit der von Microsoft hoch angepriesenen, äh, wie heißt die nochmal, scheiß, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese, ähm, äh, Holo, Holo-Brille, wie hieß die, hätte ich nicht Holo im Namen gehabt, keine Ahnung, jedenfalls ist es, ähm, bei Microsoft so eine Brille rausbringen, ähm, mit der Hologramme geschaffen werden, also da kannst du, da kannst du, also das ist anders als mit der Oculus Rift oder so, mit der Oculus Rift hast du quasi halt nur so einen Bildschirm und dir wird eine virtuelle Welt vorgesetzt, aber das soll halt besser funktionieren, weil reale Hologramme kannst du ja schlecht realisieren, da brauchst ja, Nebel da drunter und so, Rauch und halt die Lichtstrahlen, aber das löst Microsoft mit der Brille halt so, dass die das, ähm, äh, ja halt mit einem Display machen und das Tracking soll wohl so gut sein, dass wenn man halt Hologrammobjekte, äh, auf dem, sagen wir jetzt mal auf dem Tisch liegen hat, dass das wirklich funktionieren soll, also dass man sich bewegt halt und die Hologramme da quasi festkleben, weil dass man sich halt irgendwie so einen 80 Zoll Fernseher oder so an die Wand klatscht oder so, auch Hologrammäßig, also das ist auf jeden Fall halt ziemlich cool, jetzt muss ich mal ganz kurz, wie komme ich denn nach Hause, verdammt, ich glaube ich muss weiter hier lang, ja und das, äh, Microsoft hat gesagt, das soll mit Windows 10 zusammen rauskommen, also bin ich mal gespannt, Windows 10 kommt im, lasst mich nicht lügen, im Mai 2015, so ungefähr, glaube ich, ich glaube so um den Dreh, ja, also es kommt jetzt alles mit hoher Geschwindigkeit, höp, also ich bin auf jeden Fall gespannt, Windows 10 freue ich mich auch, denn, äh, Direct, die neue DirectX Version kommt raus und die Performance sollte auch viel besser sein, habe ich gehört und, ja, für Windows 7 und 8 Nutzer ist das Update kostenlos, was auf jeden Fall auch gut ist, aber nur ein Jahr lang, ja, ich bin mal gespannt, was die daraus gemacht haben, dann sollten die Let's Plays auch qualitativer werden, qualitativer werden, qualitativer, ja, toll, wie komme ich jetzt nach Hause, verdammt, ich habe vergessen, wo mein, ich habe vergessen, wo mein Zuhause ist, ich habe vergessen, wo ich wohne, scheiße, ich kann das auch nicht irgendwie nachgucken oder so, was mache ich denn jetzt, ich mache den Shader an, das hilft immer, toll, jetzt bin ich hier in so einem Wald, Hilf mir, ich will nicht nach Hause, Hundis, habe ich Knochen dabei, na schade, leider nicht, hm, ja, ich habe da jetzt Kies übersehen, aber jetzt lieber nach Hause, das ist unser Dschungel, ich hoffe, ich glaube, ich glaube, ich laufe viel zu weit in die Minus-Koordinate, hm, verdammt, wie war es denn nochmal, 300, minus 300 oder so, keine Ahnung, scheiße, jetzt fange ich die ganze Zeit hier zu, ah, ist das ätzend, äh, ist das ätzend, äh, ist das ätzend, ist das ätzend, ist das ätzend, ist das ätzend, komm, ich gehe mal auf die, auf das Blätterdach, und jetzt komme ich, glaube ich, auf jeden Fall besser voran, naja, klar, das war so klar, ja, ja, das bringt überhaupt nichts, und da sind wir schon wieder, Scheiße, ey, aber ich glaube, das sollte richtig sein hier, in dieser Richtung, ah, Mann, ey, wenn nicht, muss ich gleich, äh, kurz eine Aufnahmepause machen, und mir den Weg angucken, ach, du Scheiße, Ach, weißt du was, komm, bevor, ähm, ich hab, nämlich, mir kommt gerade eine Idee, ich kann in der Kopie nachgucken, ähm, weißt du was, ich mach ganz kurz eine Aufnahmepause, wir sehen uns gleich wieder, Ich gucke mir die Koordinaten an, bevor wir jetzt hier, oh, oh, Kabel, äh, bevor wir jetzt hier unnötig rumlaufen, gucke ich mir das eben ganz kurz an, und wir sehen uns gleich, bis dann. So, hallo und herzlich willkommen, wieder, hier bei mir in der Kraft, ich hab jetzt nur ganz kurz, 10 Sekunden geguckt, wo die Koordinaten sind, Ging relativ flott, und, wir waren schon, wir sind schon richtig hier, aber es ist ein weiter Weg, die Koordinaten sind 200, ne, 300, 200 ungefähr, Also, X300, Z200, glaub ich, Warte, wie weit sind wir weggerannt? Ah, zack, komm, Blum, blum, Und zu ruhiger Pianomusik, kämpfen wir uns wieder nach Hause, mit schönen Schatten, Ah, komm, so, Also, wieder durch den Sumpf, Ich hätte gerne ein Schiff, Dann wäre ich schneller, Was ist denn das, ein Oktopus? Ein Oktopus, ein Oktopo, oder zwei Oktopoen, Zwei Tails Okay, Alter, wie viele Pilze, Alter, So viele Pilze auf einen Haufen, hab ich noch nie im Sumpf gesehen, Holy shit, Also, das ist schon was, oder? Mir fällt gerade so ein, dass ich schon länger kein, ähm, keine Minecraft Minigames gespielt hab, Hab ich irgendwie in letzter Zeit nicht so Lust zu Minecrafts im City-Pub, nicht so sehr Und Pikmin Ja, wie gesagt, Pikmin sind die Aufnahmen jetzt Nicht so schön geworden, Quantitativ Aber Wow, geht die Musik ab Aber Ich möchte jetzt gerne schlafen Ne, aber, ähm, Ja, kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin Alter, ach Bobbitts Bibby und Ralf Bibby, ihr habt doch schon ein Kind Cool, die haben, die kriegen mehr Kinder, geil Die haben ein zweites Kind gekriegt, wie schön Guten Morgen Ja, cool So Dann, dann, dann Dann, dann, dann Oh, was ist das? Achso, ja, okay Das sind nur Vines Da sind wir ja schon fast da Ja, der braucht Steine Müssen wir unbedingt ein paar Steine backen Ja, cool Ja, cool Ja, das cod Deine Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017